Hey Leute, sorry für die etwas schlechtere Qualität des Videos. Das folgende Video aus dem Stream gestern war so spontan, dass ich keine richtige Aufnahme machen konnte. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen. Viel Spaß mit dem Video. Kleiner als drei. Wilder Name für ne Marke. Ram Cider. Wat is dat? Zeig. Huh? Wat is dat denn für ein Gerät? Das sieht ja wild aus. Wenn du um sieben Pfeife rauchen willst, aber um acht Jetpack fliegen gehst. Krass. Ich will jetzt wissen, was das kann. Zeig doch mal, nicht nur erzählen. Volume. Ist dat ne Box oder wat? Wat is dat drinnen? Man kann da reingucken. Irgendwat hier mit Log. Irgendein Profil. Audio, Video. Junge, was is dat für ein Ding? Aber also aktuell seh ich auch keine Köpfe. Ja, wat is dat? Okay, dat is irgendwie so ein Verdampfding, ne? Also hat da so ne Kassette mit Tabak. Ein Shisha-Vollautomat ist dat. Ja, scheinbar so, ne? Also wie so ne Shisha-Pet-Maschine ist dat. Kommt irgendwie so ein Pad rein, dann erhitzt er dat wohl irgendwie und dann Feuer frei. Wojtabak. Wojtabak. Google das mal, die haben da sehr ausführliche Website. Junge. Was ist das schon für ein geisteskrankes Werbevideo? Junge. Ey, die Russen schieben manchmal Filme, das glaubt man nicht, ne? Want to know more. Ja. Ach, sogar Englisch. Digga, das sieht einfach aus, als ob die dat aus Versehen vergessen haben, in die ISS zu packen, Digga. Aber dieses, warum müssen da Boxen dran sein, Digga? Warum boxen, Junge? Was ist das? Ram Cider Electronic Hookas with Intelligent Teapot Sound System. Was, Digga? Was? Da ist ne Tee? Da ist ne Tee-Kessel mit drinne? Junge. Was? Im Ernst, Digga? Why? Warum soll meine E-Shisha ein Tee-Kessel, ein Touchscreen und Boxen haben, Junge? Was ist das denn? Und dann Self-Contained Cleaning Unit. Boah, das ist geil. Self-Cleaning System, Junge. Fuck yeah. The tradition of smoking hookahs has existed for more than 600 years. During this period, they have undergone minimal changes. Oh ja, Bruder, da hab ich jetzt richtig Bock auf das Setup. Das ist dieses Kalut, wovon die alle reden, ne? But the world is changing. And technology is everywhere. Improving traditional things for all of us. Guaranteed to be loved. Ich stell mir so dieses Meeting vor, wie die Jungs so da sitzen. Jungs, wir brauchen neue Ideen für unsere Wasserpfeife. Was können wir machen? Bluetooth-Boxen. Sehr gut. Was noch? Äh, ein Tee-Kessel. Sehr gut. Was können wir noch reinpacken? Alles ist besser mit einem Touchscreen. Richtig. Touchscreen kommt auch noch dran. Was, Digga? Tea, Musik or Relaxation and Pleasures for all the senses. Natürlich hat das Ding, ey, sag mir jetzt nicht, das Ding hat einen Beamer, Digga. Wenn das jetzt ein Beamer ist, kommt ich wirklich gar nicht mehr klar. Combining Technologies... Was zum Teufel, Junge? Der hat einen Beamer dran? Ey, wenn das Ding jetzt auch noch Wäsche falten kann, ne? Dann ist es echt vorbei. Was zum Teufel, Junge? Ja, warum hat da wohl keiner dran gedacht? Ich hab mich auch schon jeden Tag gefragt, warum ist dann meiner Shisha kein Beamer? Der Thermomix der Shisha-Szene ist halt echt so, Digga. Wartenköpfchen, du. Wartenköpfchen. Alter, werden wir ganz wuschig. Operation is an art. Preparing Hookahs is... Ey, no joke, ich will dieses Ding haben. Ich will einfach dieses Ding haben. Ich bin Fan, Digga. Ich bin Fan, die hat alles, was man will. Einen Teekocher, ein Projektor, ein Self-Cleaning System, blaue LEDs überall. Junge. Not a task that all people are knowledgeable about. Ja gut, wenn du aber so dumm bist, um Aluf vorher drüber zu backen, dann... Holes need to be heated correctly. Holes also emitt... Ihr macht eure Kohlen auch immer so an, oder? Drei Kohlen auf den Kohleteller, Bunsenbrenner, rein fetzen. Fowl smells and harsh byproducts that cause undesired effects. Not to mention, secondhand smoke and fire dangers are among a few concerns when people think about smoking. Ram Cider electronic hookahs solved this problem by guaranteeing high level performance from our electronic heating element. Bitte kommen da auch in echt Blitze raus, Digga. Bitte kommen da auch in echt Blitze raus. Das wäre fucking insane, Junge. Also wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ich stelle es mir gerade vor. Boah, ich meine, die Pfeife hat auch einen Beamer und so. Also... Junge, dieser Verschluss ist auch einfach geil. Ey, ich will diese ISS-Pfeife. Hookah Servicing Station. Digga, ich will die einfach an meinem Hauseingang später stehen haben. Setup and Preparation are accomplished and ready for use in less than three days. Der passt da auch noch rein. Oh, Digga, ist das geil. Das Teil hat eine App. Es gibt eine App. Ich kann meine Shisha mit einer App steuern? Digga. All cartridges have proper Shisha blend and specially designed algorithms. Man kann auch nur das Shisha-Ding abmachen? Eat every flavor precisely, providing a premium experience and never overheat. Junge. Ramsida Tobacco Mint Original RT 568945125 90% Analytics remaining smoking time 117. Was zum Teufel passiert hier, Digga? Digga, Real Talk. Ich hätte niemals erwartet, dass mich irgendwann eine Shisha so hart bamboozelt wie dieses Teil gerade. Ey, das ist ja geistesgerecht. Ey, wir haben noch vier Minuten. Was soll denn da noch alles kommen? Kannst du mit dem Ding auch noch Autobahn fahren oder was? Wenn flavors und Shisha are entirely used up, the hookah-software will notify you to change the cartridge. Ramsida is the world's first digital hookah. Connect to the Rams... Es ist ein dauerhaftes Hin und Her zwischen holy shit, das ist das geilste, was ich jemals gesehen habe und what the fuck ging in deren Köpfen vor. Ey. Connect to the Ramsida App for convenient control of hookahs. Natürlich hat sie eine App. Natürlich hat sie eine App. For example, adjust the power and strength of the hookah. Ey, no joke. Die sehen halt auch einfach insane geil aus. Also, ich habe leider wirklich die Sorge, dass das Rauchen damit echt Schmutz ist. Aber, Digga. Ja, eine Pfeife, die sich selbst sauber macht, mir in Tee kocht, die ich mit Akku mitnehmen kann? Bro! Rauch sieht halt echt scheiße aus, muss man einfach auch mal sagen, ne? Dense smoke will love. The air smoke mixture is cooled to your liking before you inhale. Set the desired temperature. Pre-order Ramsida cartridges. And listen to exclusive entertainment programs and radio. You are provided with 170 watts of high-end audio. Natürlich. To listen to Ramsida Radio or stream your favorite audio. The Ramsida App can also adjust ambient... Junge, die hat auch noch smarte Beleuchtung. Du kannst in der App von deiner Shisha die Farbe der RGB-Beleuchtung deiner Shisha ändern. Was zum Fick passiert hier? Was passiert hier? Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Natürlich gibt's ne Powerbank, ey! Optional Power Supply will provide the VUCA with three additional hours of wireless use. Our clients' safety is critical. Especially with COVID-19 concerns rampant around the world. Digga, impf dich das Ding noch oder was? Kriegst du noch so ein bisschen Sputnik mit rein bei jedem Zug oder wie? Also, Junge! If you exhale into the hose, air particulates containing COVID-19 or other viruses... Ey, sag mir jetzt nicht, die ist auch noch Self... Self-Cleaning... Self... Weiß ich nicht. Our one-way valve system prevents bacteria from... Okay, kannst du halt nicht reinpusten. Das ist jetzt nicht so die Übertechnik, aber okay. Das heißt, das heiße Wasser von deinem in der Shisha integrierten Teekessel wird benutzt, um die Pfeife zu reinigen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass meine Bowl verbunden ist mit meinem Teewasser. Was? Der Schlauch und das Mundstück werden auch gereinigt? Junge! Okay, die Designs sind wirklich insane, wild. Wie können wir darstellen, dass wir hart wissenschaftlich arbeiten und überkrasse Labore haben? Zieh dem Typ mal die dickste Schutzanzüge an, die du finden kannst, ja? Und dann läuft der mal durchs Bild. Das sieht immer krass aus, sage ich dir. Das kommt immer gut in den Videos. Einfach Breaking Bad geworden. Natürlich sieht die Schleuse aus wie bei fucking Star Trek, Digga. Random grüne Flüssigkeit. Hier, sag mal dem Typ mit dem Schutzanzug, der soll hier irgend so einen Reagenzklass in die Hand nehmen. Wir brauchen eure Aufnahme. Ist das vielleicht ein April-Scherz? Jetzt mal no joke. Also wäre dieses Video Anfang April rausgekommen, hätte ich gesagt, yo, sauwitzig gemacht die Idee und ey, das Video habt ihr echt cool umgesetzt. Aber also, also manche Parts sind ja schon so cringe, dass du dich echt fragen musst. Could that be a joke? Digga, ich will in diesen Ramslab Vault. Ich will da rein. Ich will die alle sehen. Ich will die alle probieren. Ich will Tee aus meiner Shisha trinken. Ich will den Projektor. Ich will Big Bang auf meiner Shisha gucken. What the fuck? Junge, das große Gerät ist ja auch anders wild. Ich weiß gar nicht, welches ich nehmen will, ne? Ich glaube, die ISS-Pfeife. Ja, Digga, da sehe ich mich. Wenn ich mein nächstes Date habe, bringe ich auch meine Ramsider Shisha T-Pod Projektor RGB-Beleuchtung App-Steuerung Shisha mit. How to say I'm creepy and nerdy as fuck without actually saying it. We are bending the plane of reality and bringing our new product to you. Also, das ist ja wirklich das Wildeste. Digga, das sieht wirklich aus wie ein Jetpack. Die kostet nur 550 Dollar. Also, das ist scheiße viel Geld, ne? Aber ich hätte fast mehr. Aber das ist doch ein Joke.